11 und 12 Sieg 3 T3 T3 4 T4 3 Kilo Er lebt wieder Er lebt Er lebt noch Er lebt noch Er rutscht sich wieder aus Er lebt Aus Gut So ist jetzt noch nach, weil wir sind schon fast fertig Ja, ich glaube Ich komme gerade rein In dem Einladen Als ihr fett der Bogen jetzt auch noch schneller schießen würde, wäre es ja auch schon geil Na noch schneller schießen reicht hier wohl nicht, wa? Ein Schuss für die 50 Beile Schießt 50 Beile, der ist gegen Zu wenig Das sind nur 9 Beile Macht mich ein Ich darfst doch beitreten Arschbesicht, wie darf ich jetzt beitreten? Ja Ich will immer was tun Immer das gleiche mit euch Aber danach müssen wir andere Missionen machen, ich will den Schuss Daily fertig kriegen Was hast du für eine Daily? 2000 Gegner mit Auron besiegen Alter, meine war eine Map-Spiele Ich habe gerade gewechselt zu 5000 Schaden mit Fernsees machen Wieso wechselst du da? Wieso wechselst du die? Boah, lebt das, Alter, was habt du mit dem Schöpfer gemacht? Ich hab mal aus Ja, weiß ich doch auch nicht Ist ja noch Alpha Nur eineinhalb Jahre Alpha Hey, pssst Und wir haben das Spiel jetzt entdeckt Wir sind von der ganzen Sorte Naja, ich hab sie entdeckt, nicht ihr Für dieamelde Schu� Hunderts Hunderts Fertig Nicht so schnell, Mato Kanzkor Ig Recomer Nenos Ich soll erstmal meine Position laufen bevor ich G drücke Ist gut jetzt Ja er ist tot da kommt der nächste neuen voll auch kurz die kriegt man nur scheiße das ist so ein schalte ich hab das jetzt schon die zweite schwierigkeitsgrad das ist immer noch der erste heute glaube ich das ist gerade normal ich bin jetzt mittlerweile schon auf dem zweiten erfreulich was habt ihr für sie normalen er kommt bei uns ein Level ja das macht auch gerade die kleinen Wurfe wir werden wir eigentlich nur die Mordkommission machen du 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 Schild bringt auch was man schnell anwendet wenn man den schnell anwendet du du laberst viel scheißen muss ich ehrlich sagen das hat man ja auch tun hat er viel von dir gelernt sch YT liegt das resc. Aufnahme in Fragezeichen 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 ach nee das geht die ganze Zeit schon so nee das geht nur wenn du in Auft características dann müsst ihr so scheiße brauchen la que la das geht die ganze Zeit so man Man muss ja auch die ganze Zeit alles voll quatschen, das ist ja scheiße, wenn alles still ist, ne? Und wenn ein nichts besseres einfällt, dann muss man halt einfach mal so dumm-di-dum-di-dum machen. Du bist mit vorwärts. Du bist einfach mit still. Was ist mit vorwärts? Ich bin über vorwärts. Irgendwann kommt er her. Ich bin über vorwärts. Ich bin über vorwärts. Das heißt, ich bin über vorwärts. Silence, I kill you. Ich bin überwärts. Der hat ein Problem, glaube ich. Nö, das macht die Verteidigung schon. Die ist gut, ist ja meine. Nee, das hier hinten nicht. Das ist ein Boss. Oh, ich fasse. Zeig doch, der macht die Verteidigung. Nee, das hier. Was ist da? Oh, der ist tot. Der ist einfach mal so umgefallen. Na, hier hinten war so ein Monster und der war im Spawn festgepackt. Ich muss mein Inventar verkaufen. Wie sagst du jetzt da eine Kanone gesetzt? Ja, war die überhaupt eine Kanone frei? Es war doch schon alles voll. Juhu, echt, ey. Pff, ey, ey. Die Liedersachen möchte ich hier nicht verkaufen, die möchte ich zum Aufwerten der Waffen benutzen. Ich hab jetzt 10 von 50 von diesen komischen Tokens. Aber ich find die bescheiden Turkey Legs nennt. Turkey Legs? Was denn das? Ja, das war dieses Pet Food, was vorher der Kuchen war. Und was soll das sein? Das ist Pet Food. Ja, aber was denn für ein Pet Food genau? Ich hab ja auch Pet Food, das krieg ich die ganze Zeit, aber... Das, was vorher der Kuchen war. Ja, das ist jetzt das Hühnerbein. Ach, das... und Nina, beim Braust du? 40 Stück. Anfang hab ich 6 Stück im Inventar. Du musst dich finden, befreundlich. Du hast die gefunden, befreundlich. Du hast die gefunden, befreundlich. Nö, ich hab vorhin eins gefunden. Und dann sag mir, wie viel Turkey Legs du hast. Sechs. Ach so, Jods. Äh, Turkey Legs. Fein zu 40. Doch, man geht. Ganz oben, Monk, die Mädchen. Monk, Monk, die Mädchen. Ach so, dass da die muss, die Quest-Tages... Ne, das ist ganz oben fett, der Balken. Wir werden ganz im Bildschirm. Die Monatsmission, oder was? Ich hab keinen fetten Balken. Ja, die Monatsmission. Die Monatsmission. 50... Talk... 50... Yvon Tokens... Ach so, das... 55. Die 55. Was? Du weißt doch, was ein Englisch is not the yellow from the egg. Ja. 55 was? Yvon Tokens. Hast du? 55. Da hab ich 11 von 50. Wie kann das sein, dass du das Schliff von 50 hast? 5 von 50. Alter. Ja, wie schluckt er seine Zunge runter beim Reden. Da da da. Was brauche ich sich zuhören? Oh, ne Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ich liebe diese Kiste. Kiste, 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 Kiste. Ja, die Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Ok, schau da. Versteck deinen Bogenschütz. Du weißt warum. Hä? Wieso? Oh Gott, worüber haben wir vorhin geredet. Hä? Egal, ich schreib's dir nachher. Warum soll ich meinen Wunschütze jetzt verstecken? So was sagt man nicht hier, ich schreib's dir nachher. Ihr solltet euch wohl hin und wieder mal bei dem Artefakt da in diesem Rondell da... Im Bordell? Oder Rondell einfinden, weil dann kriegt ihr so'n, äh, so'n Boost. Was'n Boost? Dass du schnell läufst, mehr Schaden machst. Man, Rade, musst du immer da sein, wo ich grad hinspringe? Ja. Wenn ich fall' Asi. Ja, ich auch. Ah, Asi. Boah. Wenn du suchst die zweite Kiste. Apropos Bogenschütze, ich muss den in der nächsten Runde spielen, weil ich da dann eine Thalesfest habe. Ja, aber wir spielen nicht so'n Runde was anderes, wo ich meine, ne Dings wieder machen kann. Ja, wir spielen nächste Runde unsere besten Charaktere. Doch. Warum nicht? Weil ich den Daily Quest noch nicht habe. Mö, das kriegst du eh heute nicht hin. Daily Quest. Ja, wieso? Der Daily Quest schiebt sich ja auch. Du kannst ihn morgen auch noch machen. Ich weiß. Der war von gestern schon. Der ist von gestern schon. Was ist das für ne Tagesquestern? Du kannst... Fast drei Tag. Du kannst drei Tagesquests stapeln. Ach so. Wow. Also ist das ne Drei-Tages-Quest. Drei-Tages-Quest. Ne, danach kriegst du halt keine neuen mehr. Unterstützung. Und Zoom. Oh. Ja, ja. Ne? Aber da steht ja Defeat 500 Mem. Ihr Enemies mit Auras. Und Auras sind ja diese Fähigkeiten. Aber eine aktive Aura hab' ich jetzt bis jetzt noch nicht. Alle die? Aha, ja. Um dieses Zeug mit den Aura zu machen musst du den Mönch... 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 Mönch spielen. Und mit der zweiten Fähigkeit die Gegner angreifen. Oh. Weiß euch denn das wissen, wenn ich noch keinen Mönch hatte. Oh. Das hab' ich auch erst vor kurzem rausgefunden. Und ich hab' heute in vier Missionen, ich glaub' 612 Gefallen gemacht oder so. Ah, jetzt kommt zwei, drei Einpassung. 2, 3, 5, 8. Jesus ist wieder auferstanden. Wenn das Jesus ist, ne? Dann will ich nicht wissen, an was du glaubst. Ey, der fette Boss! Der fette Boss! Wo ist der fette Boss? Hier, das fette fliegende Buch. Die sind da Totenköpfe, Bülscher, was ist denn hier los? Ich bin der einzige, der den Boss hier angreift? Ja, das sagst du. Die schaffst du ihn ja nicht alleine. Ja, das sagst du. Ist also. Wieso? Ich bin auf der Suche. Ich bin auf der Suche. Du Laber. Ich bin der Suchende. Also geschafft ihr den Boss oder nicht? Der schon lang wird. Achso. Also nicht. Wir sind da. Drück. Nicht alle killen! Was ist da? Oh Gott! Oh Gott! Oh, Kripp, danke. So viel zweite Gäste. Hier. Bin ja schon. Wo? 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 Verbind, das keine Jake. Das ist nicht für dich. Und Tod. Will auf. Hab ich doch gesagt, Tod du bist schlecht. Halte ich glaub. Du wurdest nicht außerwählt. Ich verstehe von den Toten. Ich bin außerwählt, da geht's gar nicht. Ich bin der Hyperwählte. Der was? Der Hyperwählte. Ich bin der Hyperwählte. Ich bin der Hyperwählte. Ich bin der Hyperwählte. Okay. Du mich auch. Nimm in meiner Traumwelt. Lass mich in der Ruhe. Ich merk. Nur dass... Nur dass eine gewisse Kreatur dich immer stört. Das ist... Oh Gott, ey. Ich recht hab. Du bist gemein. Aber ich glaub, diese Kreatur kann man jetzt nicht erwähnen, oder? Mann. Ist nicht. Und ich war kurz davor. Boah, da dachte ich mir, ähm... Ich sag bloß, Mamma Mia. It's the hidden. Mama. Oh Mann, halt mich wieder. Mamma Mia. Was war das für ne Axt? Mamma Mia. Ey, da darf jetzt nicht mehr mitmachen, dann. Ganz ehrlich. Ich... Stell' ich mal den mal an. Kann ich nämlich mein zweites Tier... Das kann ich nämlich mein zweites Tier aufwerten. Oh, ich bekomm sogar Sida. Super. Gold. Ich will auch mal eine Golde. Geht nicht, gibt's nicht. Boah, da bist du 27 schon wieder. Ah, schon wieder so'n scheiß verschissenes Ei. Ah, ich muss mein Inventar schon wieder entrümpeln. Alter, wie viel... Alles nur für Level 16. Lass dich nicht ablenken, Letty. Was denn, weil die 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 ganze Zeit kaputt lachen? Ja. Warum denn? Num num num. Lass dich nicht auf das Niveau herunter senken. Auf dieses Niveau muss man ab... äh, down... äh, downgrade, ne? Das krieg ich da hin. Scheiße, ich kann... Ich denke, ich hab mittlerweile mal wieder eine zweite... äh, zwei Kisten wiederbekommen. Boah, ich hab... ich hab... Hab ich? Ja, du kriegst einen Arsch. Du hast einen Arsch, ne? Lüßmüll. Oh, ich hab wieder drei Köln bekommen. Ja, ich hab zwei Turkey Legs gefunden. Ich hab nur noch 36. Warte, wie viele, viele Meter noch? Ein bisschen Glühstrumpf. Okay, ein paar mehr. 36? Mir fehlen noch 32. Du hast 8? Ja. Dieter. Rückmach, geh. Ne, für die, 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 die... weiß ich nicht. Ein Moment, eh, ich muss kurz den Fisch hier in die Kühlbox packen. Mama, 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 Mama. Ja, das die ... Max und der Sattel. Oder eher gesagt. Ähm... Ja, war auf jeden Fall ne witzige Folge. Hey, der einsehlehr nicht gelacht hat, der einsehlehr jetzt irgendwie... Ja, vielleicht beim nächsten Mal. Prozent Prozent ja es ist auch so gefallen hat er macht doch ein Daumen nach oben und bleibt dieses Jahr leiden Prozent 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 bleibt bei den Leibniz bei Facebook genau genau wie es ist er in der Videobeschreibung uns wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge bis dahin schön Adieu der so ziemlich schlecht dass er absprach